Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 14.08.2023. Und unser DAX hat seine Steine, die er aufgebaut hat, am Freitag erstmal wieder runtergeworfen. Der ein oder andere von euch ist bestimmt auch reingetreten. Ihr sind bildlich dafür das Bild. Wenn wir uns die Analyse vom Freitag gar nicht angucken, ich denke, das Sinnvollste ist es angesichts dessen, dass wir den nahezu gleichen Wochenschluss haben wie letzte Woche, nochmal darauf zu gucken, was wir letzte Woche sehen wollten. Wir hatten letzte Woche im 2-Stunden-Start oben eine Linie drüber gezogen. Wir haben gesagt, wenn der über 15.59, 15.89 raussteigt, dann würde er wahrscheinlich in die 16.000 reinsteigen. 16.060 haben wir gesagt, als erste Anlaufstation. Dann nochmal zurückkommen, später raussteigen. Unten raus hatten wir gesagt, könnte es ihm schwerer fallen, deutlicher durchzuziehen, ähnlich wie das im August 2011 der Fall war. Und er bestimmt an der 700 nochmal rumschrubbeln. Wir haben gesagt, Umkehrsignale 27.000 bis 6.80.000 dort ein bisschen hingucken. Von dort können wir nämlich nochmal schön hochdrehen. Erst wenn er wirklich den Bereich da unten um 700 fallen ist, wenn die einen richtigen Knack reinkriegt, dann geht nach unten einiges mehr auf. Und mit einiges mehr auf war gemeint, auch Richtung 200-Taglinie, Richtung des letzten Tiefs hier. Das ist hier im Bereich um 4.45. Oder 4.50. Oder warte mal, wir machen es ganz genau. Low ist, jetzt bin ich wo komplett falsch. Low ist, nee, 14.455. Machen wir es so rum. Und ich denke, so können wir eigentlich in die neue Woche auch wieder rangehen. Wir haben zum einen das angestochen. Wir haben oben die 16.60 angestochen. Wir haben den Rücklauf drin. Mir ist er für meinen Geschmack schon jetzt zu tief fieder. Ich würde ihm dennoch den Raum geben, dadurch, dass wir ja oben einmal das angestochen haben, unten die 700 verteidigt haben, die 16.60 abgearbeitet haben, würde ich ihn in den Raum lassen. Wenn er Montag einen Start-Ziel-Sieg fährt und wieder ansteigt, das heißt eigentlich, die Freitagskerze einmal von unten nach unten wieder aufarbeitet und sich an die 15.69 zurückkämpft, könnte ich mir gut vorstellen, dass er die Route nochmal aufgreift und in dieses Gap reingeht. Dieses Gap ist dann hier im Bereich um 16.250 ein erstes größeres Anlaufziel. Und dann sollten wir uns vor Augen halten, dass wir ja hier eine Passion haben, die hier wirklich auf mehreren Ebenen schon mal gestört hat und das natürlich auch wieder tun kann. Das heißt, im Bereich 250, 300 spätestens, wäre dann nochmal mit deutlicherem Gegenwind zu rechnen. Und sollte den nach oben passiert bekommen, kriegt er natürlich nochmal richtig Feuer auf, was saisonal eben nicht reinpasst. Ihr erinnert euch, ich habe euch das auch schon Anfang August gesagt, wenn ich in den August und September mich zurückerinnere an die ganzen letzten Jahre, hat man eigentlich immer die Gewinne auf der Short-Seite gehabt im Depot, rückwirkend betrachtet und viel weniger auf den Long-Seiten. Ich denke, das spricht auch sinnbildlich dafür, dass die Statistik für den August, September eigentlich immer schwächer ist. Deswegen ist aber trotzdem Statistik immer nur eins. Das ist einfach ein Punkt, den wir im Hinterkopf behalten. Das ist kein Nonplusultra. Der Markt hat, es gibt kein Grundgesetz, dass der nicht auch mal positiv im August abschließen darf. Und deswegen würde ich mich trotzdem immer, wenn er Stärke zeigt, wenn er Signale auf der Oberseite durchtrickert, dem dann öffnen. Ja, aber solange er auch unten ist, bleibt man hellhörig. Im Konkreten würde ich euch hier eigentlich sagen, sollten wir die Woche jetzt unter 15.700 abtauchen und das machen, was wir in der Vorwoche besprochen hatten, als Bruch nach unten raus, dann ist hier tatsächlich nächste Station, das untere Tief, oder dann eben tatsächlich die 200-Tage-Linie, die hier immer näher kommt. Die liegt jetzt im Bereich um 335, 350. Wir haben hier das offene Gap noch bei 360. Das ist eine super interessante Zone, um die anzulaufen. Und deswegen würde ich schon mal in Guidance für die komplette Woche eigentlich unter 700 dann tatsächlich damit rechnen, dass wir auf die 200-Tage-Linie aufsetzen. Macht er das aber nicht, kann er auch, also es wäre auch denkbar, dass wir vorher noch dieses Gap hier zu machen. Ja, also kriegen wir einen schönen Montag rein, der auch nach 39, nach 10 Uhr neue Tageshochs liefert. Dann wird es schon rechnen, damit rechnen, dass wir vielleicht am Montag sogar auf die 16.000 zurückkommen, an der 16.000 schließen und dann irgendwie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag vielleicht, Donnerstag Nachmittag hier oben die 2,50 zunageln, dann wieder abkippen, Freitag, Montag wieder tief runterschoßen und dann an einem Mittwoch, vielleicht nächste Woche Richtung Verfall hin oder ist es überhaupt ein Verfall? Das muss ich selber mal kurz gucken. Wir haben jetzt, nee, wir haben diese Woche sogar schon verfallen, dann passt das nicht. Da wäre dann also eine Nachverfallswoche, dass wir dann entsprechend, also erst hier oben reinstechen und dann hier runterlaufen. Das wäre auch ein übliches Bild, was man häufig sieht. Dann hätte er vom Top her eine dreiteilige Korrektur runter. Das würde gut reinpassen. Also von hier jetzt hoch auf 2,50, von dort auf die 200-Taglinie, das wäre ein schönes Setup für den restlichen August, wenn er denn mitspielt. Wenn er denn mitspielt. Ja, aber dafür brauche ich eine klare grüne Konterbewegung nach oben am Montag schon. Das würde mir gar nicht reichen, wenn das dolle viel später kommt. Ja, das einfach als Vorbereitung und unten halt die 700. Ja, das heißt auch, wenn wir auf 2-Stunden-Ebene zurückgehen, was hatten wir gestern gesagt oder am Freitag gesagt? Wir hatten am Freitag gesagt, statistisch spricht eher dafür, dass der Freitag nach oben arbeitet, ja, dass der Freitag sich rausstößt. Das sind eher die selteneren Freitag. Aber wir hatten gesagt, dass er nach unten raus nochmal die 8,75 weiten dürfte. Das wäre ja noch erlaubt, 8,75. Und von dort wieder hochspringen. Das hat so semi-gut geklappt. Dann ist er nicht wirklich gut rausgekommen. Hat auch kein neues Tagesrohr gestellt gekriegt. Und ich hatte mich schwergetan, euch eine Short-Grenze zu geben, hat er aber gesagt, also wenn ich eine festlegen müsste, dann ein Bruch der 8,70, dass der Markt von dort dann bis 800 rumgehen wird. Er hat aber auch gesagt, 800 ist dann schon wieder eher Bastion als Verteidigung. 8,30, 800 von dort könnte schon wieder leicht aufdrehen und sich stabilisieren. Und das hat er letztendlich getan. Und wenn er, wie gesagt, aus dieser Stabilisierung heraus jetzt dieses Auftreten zum Montag hin kriegt, Richtung 16.000, ich würde ihm das dann quasi noch erlauben. Hoppala, wartet mal. Das noch erlauben, quasi als erweitertes Schaubild hier. Quasi so, ja. Das würde ich ihm dann noch durchgehen lassen. Aber ich will ja wirklich einen starken Konter sehen. Kommt der nicht, würde ich das aufgreifen, was wir am Freitag gesagt haben. Wenn die 800 fällt, wenn die nicht hält und er sich auch noch unterbietet, dann würde ich mit einem neuen Tief rechnen. Und unter dem, also unter der 709, das kann eine 6,70 werden. Ah, 6,70, 6,90 hier. Das kann aber auch unten die Linie werden. Und die Linie liegt jetzt mittlerweile schon bei 5,70, 5,50. Ja, und das wäre, ich sag mal, man kann nicht sagen, Worst-Case-Ziel, aber wenn der Montag schwach spielen will, wäre das eigentlich mein Hauptziel. Unterhalb von 800 wäre das eigentlich mein Hauptziel. Ja, für den Montag. Ja, zeigt das sich stark. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir locker an die 16.000 vordringen können. 15,950, 16.000. Ich denke, das ist gut. Gut und gerne erreichbar. Ja, dann würde ich hiermit die Analyse zumachen. Ich denke, das reicht und wünsche euch damit viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ja,